Willkommen zurück zu Portal 2. Ihr hört es vielleicht, ich habe ein neues Mikrofon und ich weiß schon gar nicht mehr, was wir letzte Folge gemacht haben. Doch, wir haben GLaDOS wieder gefunden, genau. Hier oben in dem Kontrollraum, wo ich mich wieder mal sehr schwer getan habe, dort hinzukommen. Und jetzt gehen wir in den Fahrstuhl. Na, das hat sich jetzt aber nicht so vielversprechend angehört, aber es ist nicht abgestürzt, sehr schön. Und damit auch herzlich willkommen zum ersten Ladebildschirm direkt hier. Ja, ich habe mir ein neues Headset gekauft und dort das Mikrofon ist ziemlich gut. Deutlich besser als das Mikrofon, das ich vorher benutzt habe. Ich muss jetzt nicht mehr so viel nachbearbeiten. Mal gucken, wie es dann in der fertigen Folge dann klingt. Teste jetzt hier gerade schon mal ein bisschen dann für Anstoß 3. Ist in der Zwischenzeit, was passiert? Der Testbereich ist gleich da vorne. Je schneller ihr durchkommt, desto eher kriegt ihr die 60 Dollar. Moment, wer? Carolin, sind die Gutscheine fertig? Ja, Sir, Mr. Johnson. Warum habe ich nur... Wer ist das? Was zur Hölle geht hier? Tja, mysteriös. Schön, dass wir dann unsere 60 Dollar vielleicht auch bald kriegen. Ähm, und wir sind jetzt in Teil 7. Okay, wir haben... Hier wahrscheinlich das große Vergnügen, dann Mehl draufzutragen. Damit wir dann nur drüber kommen. Hier sollte man jetzt nicht abstürzen. Okay, da oben müssen wir hin, um... ...den Schalter zu drücken. Machen wir das Ganze doch einfach mal. Zack. Und wir haben rotes Gel. Okay, mit dem blauen können wir... Äh, das ist ja gemein. Mit dem blauen können wir ja schnell sein. Äh, springen. Und mit dem roten können wir schnell sein. So läuft's. Dann da einmal hin, dann müssen wir tatsächlich hier durch. Dann das blaue Portal nach unten und den Knopf drücken. Nein, genau nicht. Ich meinte das natürlich anders. Das blaue Portal bleibt. Das Gel wird... äh, oder auch Angene kommt drüber. Und dann haben wir... ...eine wunderschöne Wahn. Ihr seht schon hier, ich bin auf dem Gel hier deutlich schneller. Und das nutzen wir jetzt... ...einmal hier... ...auf die andere Seite. Okay. Sie sind aber in einem kleinen Springlabyrinth. Das heißt, wir müssen wieder da rüber springen. Wir brauchen dann hier das blaue Portal. Erstmal da oben, das orangene. Na. Durch das blaue Portal. Durch das blaue Portal durchgehen. Und dann... Jetzt muss ich wieder gucken. Da oben ist das orangene. Also setzen wir das orangene auch da hin. Läuft die Soße einmal durch. Und dann können wir hier auch ganz bequem. Mit Schwung auf die andere Seite. Okay. Hier haben wir einen Würfel. Stimmt, den brauchen wir ja im ersten Raum wieder. Ist gemein. Wir müssen jetzt tatsächlich hier das Portal setzen. Um hier... ...den Würfel zu bekommen. Dann können wir jetzt... ...das blaue Portal einmal auf die andere Seite... ...mit dem Würfel hier rein. Und dann kommen wir da immer noch nicht rüber. Aber wir können da das blaue setzen, dass wir die Laufwege möglichst kurz haben. Orange. Und... Zack. Ah, okay. Jetzt ist die Bahn höher. Das heißt, wir können eine Etage nach oben. Ui. Du lief your belongings. Hier. Das sieht doch schon wieder cool aus. Das kenne ich auch wieder schön für einen Screenshot. Stellen wir uns einmal hier zur Seite. Und dann... Und dann... ...so... Also da ist es nicht. Mal gucken. Okay, jetzt müssen wir nach da oben und den Knopf drücken. Wahrscheinlich wieder mit dem Gel. Okay. Okay. Das haben wir so angeschnitten da hochgesetzt. Jawohl. Wunderbar. Und dann wieder einmal runter. ist es irgendwie in diesem Level viel das gleiche. Oder oft ziemlich viel dasselbe, was man tut. Und da bin ich mal gespannt, ob's... Ah, es fliegt wieder nach oben. Hm. Okay. Dann soll es mal aufhören zu fliegen. Dann hat's natürlich... Vielleicht so nicht gereicht. Schauen wir mal. Doch. Dann tun wir das blaue Portal nochmal woanders hin. Mal gucken, ob das so funktioniert. Nein. Dann müssen wir hier das Portal setzen. Und dann wahrscheinlich... ...das orangene... ...da hin. ...und dann gehen wir jetzt erstmal die Rampe umgekehrt. Ah, fast. Na. Nein, das war nicht gut. Ja, das ist der Nachteil, wenn man schnell mit dem Gel unterwegs ist. Probieren wir mal das Ganze nochmal. Ich steh hier. Hier ist natürlich jetzt kein Gel mehr. Aber es ist natürlich klar, wir müssen hier das Gel... ... drauf bekommen. Und das geht nur so. Blaues Portal. Einmal die ganze Soße da drauf. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Was hab ich denn da jetzt schon wieder gemacht. Ich probier's jetzt einfach nur so. wieder viel zu kompliziert gedacht. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann. Okay, emotionale Ausbrüche bedürfen mehr als 1,6 Volt. Das wissen wir jetzt. Entspannen wir uns also. Wir finden schon noch raus, was zum Teufel hier los ist. Aber in Ruhe. Okay, wenn wir hier nur Portalfläche haben, weiß ich nicht, ob... Das hat sicherlich was... ...zu. Jetzt ist es erstmal weg. Wir müssen sicherlich auf die Seite dort drüben. Und haben hier verschiedene Gehle zur Auswahl. Okay. Blau und orange. Oder rot. Orange, ne? Das bietet sich ja schon mal an. Und um rüberzukommen, müssen wir wahrscheinlich springen. Denn wenn wir jetzt hier rüber gehen, dann knallen wir mit voller Wuchs gegen die Balustrade. Und fallen nach unten. Frage ist, kommt das genauso schnell rausgeschossen? Ich probier mal eben einfach was aus. Ja, auch hier wird die komplette Bahn damit überzogen. Okay. Das bringt uns dann also nix. Hey, springen. Ne, ich vermute mal, wir müssen hier schon... Ne, orange. Ähm, die Bahn orange schärben. Um halt Speed zu bekommen. Oder... Blau? Ne, das hört mich gar nicht. Ähm... Naja, das macht nur Sinn, die Wände blau. Also... Das macht... Kein Sinn, die Wände orange zu färben. Ich weiß nur nicht ganz... Was der Zweck des Ganzen ist. Außer... Das. Nein, wenn er jetzt nicht auch... Ne. Ich dachte, man würde dann von hier auch wieder rüberspringen und könnte dann vielleicht durch diese Portalfläche gehen. Ach. Oder man übersieht einfach, wie ich diese Portalfläche... Okay, dann ist wieder klar. Das, was ich eigentlich auch wollte. Wir machen hier wieder orange. Und hier brauchen wir dann zum Abspringen die blaue Portalfläche. Dann können wir mit Anlauf springen. Genau, das habe ich besucht. Zack. Und dann machen wir hier ein Portal hin. Und da ein Portal hin. Das blöde Balken steht hier im Weg. Oh mein Gott. Das macht uns aber nichts. Wenn man den treffen könnte, würde es einem nichts ausmachen. Ah ja. Genau. Raffiniert. Raffiniert. Branche. Dann wieder blau. Jetzt habe ich es aber wirklich. Und diesmal das blaue Setzen. Uiuiui. Zack. Ääh. Und wenn er nicht gestorben ist, dann probiert er es noch heute. Aber hat ja eigentlich eben auch gut geklappt, das Portal erst im Flug zu setzen. Deswegen habe ich mal, dass das jetzt... Gut gemacht, Astronaut, Kriegsheld und oder Olympiasieger. Mit deiner Hilfe verändern... Ist das hier an? Hey, mal aufgepasst da unten. Das Ding nennt man Aufzug. Das ist keine Toilette. Ich weiß, ich kenne ihn. Ich habe gerade seinen Vornamen völlig vergessen. Und wir haben wieder ein neues Firmenlogo von Aperture. Sieht eigentlich ziemlich cool aus. Wer noch weitere 60 Dollar verdienen will, sagt bitte Bescheid. Dann stopfen wir euch 120 Dollar in die Plastiktüte. Dafür müsst ihr uns nur erlauben, ein paar technische Gimmicks in euch einzupflanzen. Wir setzen euch am Ende auch wieder zusammen. Wie neu. Na, wer es glaubt. Okay, wir müssen da oben hin. Und es sieht schon wieder nach reichlich Spaß aus. Nach sehr viel Spaß. Okay, wir haben wieder beide Gehle natürlich. Die da auch nonstop rauskommen. Das sieht doch schon wieder aus nach ein... Geschwindigkeit. Dass man mit Geschwindigkeit darüber muss. Und hier haben wir Portalflächen. Ja, hier muss man Geschwindigkeit aufnehmen, um sicherlich da hochzukommen und den Würfel zu holen. Das ist doch schon mal ein Ziel, das wir haben. Den Würfel zu holen. Da habe ich auch schon eine Idee, wie man das machen kann. Erstmal müssen wir hier das Ganze orange färben. Und dann müssen wir selbst auf die Seite rüber. Und um wegzufliegen, natürlich das Portal nach da oben. Okay, da muss blaues Gehl hin. Wo sind wir denn hingeflogen? Da, auf dieses Ding. Das heißt, wir machen hier ein Portal hin. Ja, ein Portal hin. Wunderprächtig. Und dann probieren wir das Ganze doch einfach nochmal. Mit Schwung. Mit Schwung. Boah. Wieder richtig schön mit Fein. Au. Okay. Den Würfel haben wir schon mal. Mit dem Würfel müssen wir da drüben hin. Die Frage ist... Wie komme ich hier runter? So komme ich runter. Okay. Setzen wir uns mal da das Portal hin. Boah, das war knapp. Das war verdammt knapp. Was ist denn? Und wir kriegen dort eine Portalfläche. Okay. Und die bringt uns sicherlich ganz viele tolle Sachen. Wenn hier was ist, das hat ja auch was. Oder in dem Fall aber wahrscheinlich eher nicht. Hm. Wir müssen da hin. Dann müssen wir... Aha. Da oben haben wir auch noch eine Möglichkeit. Schauen wir uns das Ganze doch mal an, was da oben so abgeht. Alles klar. Da muss blaues Gil hin. Hier muss orangenes Gil hin. Orangenes Gil haben wir dort. Dann machen wir doch mal eben... Wunderbar. Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir... Ah, ich weiß, wie wir da blaues Gil hin kriegen. Okay. Äh. Dann. Dann müssen wir da hinten einmal wieder hin. Jetzt... Ah, das ist jetzt wieder ein ganz schönes Hin und Her. Dann wieder nach da. Wieder drehen. Von hier aus komme ich jetzt natürlich nicht ans Blaue ran. Fantastisch. Okay. Ah. Dann kriegen wir das diese Folge noch hin. Dann kriegen wir das diese... Ich beschließe, wir kriegen das diese Folge noch hin. Äh. So. Dann kommt hier unten ein Portal hin. Da ist... Jetzt hätte ich gerne eine Sprinten-Taste. Das ist ein bisschen schade, dass es das hier nicht gibt. Das war das Falsche. Den wollen wir gerne da haben. Jetzt müsste das blau sein. Mh. Wunderbar. Dann wird er wieder drauf. Dann müssen wir... Da. Dort. Kriegen wir das von da hinten gesetzt? Ich hoffe es. Muss. Anders geht's ja nicht. So. Und dann muss... Da das Portal hin. Und jetzt würde ich sagen... Gehen wir auf die andere Seite. Bei Interesse haben wir immer noch Plätze frei für das gerade erwähnte Bonusprogramm. Wie gesagt... Ihr müsst uns nur erlauben, euch auseinanderzunehmen. Wir pfuschen hier nicht um. Wir wissen, wie man einen Menschen wieder zusammensetzt. Eine komplette Rundum-Erneuerung. Aus alt mach neu. Außerdem entfernen wir alle Tumore. Im Grunde müsstet ihr uns bezahlen. Na, da wäre ich mir aber nicht so sicher. Und wir sind jetzt bei fast genau 20 Minuten. Wunderbar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum bitteren Ende. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.